das war eine richtig gute möglichkeit aber jetzt der ballverlust da müssen sie aufpassen jetzt ja da ist platz jetzt und jetzt die chance sie nutzen die rüberzahl ja die haben ja auch platz und den können sie eben nutzen ganz starke vorstellung heute und selbst jetzt kurz vor schluss machen sie weiter einfach gnadenlos überlegen so jetzt können wir uns den treffer noch mal genauer anschauen diesmal aus einer anderen kamera perspektive ja er kann wirklich hoch zufrieden sein hat seine mannschaft richtig